mohoin ich bin's mal wieder mit einem neuen video und heute zu einem weiteren unboxing video und zwar zum samsung galaxy note 8 duos duos ist die dual sim version ja bevor ich das gerät auspacke gehe ich natürlich wie bisher immer einmal durch die spezifikation dann durch die verpackung und dann öffne ich das teil auch nebenbei sei angemerkt ich habe das gerät für 850 euro geholt bei samsung direkt hat den 15 prozent gutschein ja und da war es so preislich doch relativ ja sagen wir mal ansprechend für mich ist natürlich trotzdem noch viel geld aber ja gut ich probiere es mal aus wenn es mit zusagt behalte ich es und wenn es nicht zusagt dann ja dann schaue ich mal was ich dann mache so also einmal zu den spezifikationen das gerät kommt mit android 7.1 dann direkt mal zur hardware das display beträgt 6,3 zoll relativ groß das teil hat eine auflösung von 2960 x 1440 pixel ist ein super amoled display das teil hat gorilla glass 5 und das display hat eine hdr funktion also hdr 10 funktion die kamera hinten hat 12 megapixel und hat eine f punkt 1.7 oder f 1.7 blende dann ist da noch eine zweite kamera verbaut somit hat man dann halt möglichkeiten wie diese buchy effekte und sowas die kamera hat auch ein ui s also halt ein optischen bild stabilisator und dann halt noch ein led blitz videos kann man mit 2160 p mit 30 frames aufnehmen mit der hauptkamera und dann gibt es noch so tiefen schärfe tele objektiv insbesondere halt mit der zweiten kamera und dann die kamera vorne die hat 8 megapixel hat eine f 1.7 blende hat ein kontrast autofokus und videos können mit 10 80 p und 30 frames aufgenommen werden dann als schnittstelle gibt es einmal usb c in der version 3.1 dann gibt es eine otg funktion dann gibt es noch ein 3.5 mm klinke anschluss das teil hat wlan in der version a b g n und a c bluetooth ist in der version 5 0 eingebaut ja da also die neueste version das ist schon mal sehr sehr schön dann gibt es das teil beziehungsweise hat das teil nfc end plus dann als sensoren beschleunigung sensor gyroskop licht sensor annäherung sensor kompass dann ein barometer und ein fingerabdruck sensor sowie ein pulsmesser und iris scanner dann als cpu ist verbaut ein samsung exynos 9 octa core und der heißt genau 8 8 9 5 das ist ein 64 bit prozessor hat vier schnelle prozessoren oder vier kerne besser gesagt mit 2,3 gigahertz und dann nochmal vier langsame kerne mit 1,7 gigahertz zum strom sparen als gpu ist eine mali g 7 1 mp 20 verbaut arbeitsspeicher hat das teil auch und zwar 6 gigabyte das ist soweit ganz vernünftig zurzeit glaube ich dass android nicht mehr unterstützt jedenfalls nicht sinnvoll ist mehr als 6 gigabyte zu haben wie zum beispiel das one plus 5 mit 8 gigabyte in der höchsten ausstattung das macht dann so irgendwann mal auch keinen sinn mehr als speicher festspeicher ist sind 64 gigabyte verbaut im in der formatierung ufs 2.1 dann gibt es noch ein micro sd slot wo man micro sd karten bis zu 256 gigabyte reinstecken kann dann als navigation ist a gps glonas und bei du beziehungsweise galileo eingebaut netze sind halt diese gängigen die man hier soweit kennt das möchte ich jetzt nicht aufziehen sondern sonst sitze ich noch bis morgen hier natürlich halt diese standard lte und so weiter dann ist ein eingebauter akku drin ein fest eingebauter akku mit 3300 milliampere der ist wohl leider ein bisschen geschrumpft im gegensatz zum note 7 im vorjahr wo es diese probleme mit dem akku gab dass das gerät halt in flammen aufging das soll wohl jetzt deutlich besser sein beziehungsweise halt nicht mehr passieren dadurch dass einerseits die akku produktion verbessert wurde beziehungsweise diese qualitätskontrolle deutlich verbessert wurde samsung kann sich sowas nicht mehr leisten nochmal solche dass das so was passiert und ja der akku wurde halt ein bisschen kleiner gemacht damals nur kurz dazu damals wurde halten extrem großer also für die größe des geräts ein extrem großer akku eingebaut der wohl dann dadurch weil das gerät so ein akku in der benutzung halt auch ein bisschen sich auseinander dehnt naja dann halt beschädigt wurde und somit halt das passiert ist was eben passiert ist dann gibt es noch kabelloses laden angegeben ist die gesprächszeit mit 22 stunden mit umts ein saarwert beträgt 0,173 watt pro kilogramm im kopfbereich und 1,29 watt pro kilogramm im körperbereich die gehäuseform wird als barren bezeichnet gehäuse material glas an der rückseite metall an den rahmen und vorne natürlich auch eben glas na dieses gorilla glas 5 die abmessung betragen 162,5 mal 74,8 mal 8,6 millimeter und das gewicht beträgt 195 gramm als sim faktor werden nano sim karten unterstützt und dann halt wie schon gesagt hatte dual sind das teil ist dann noch mal ip 6 8 zertifiziert und hatten stylus und hat eine quick charge möglichkeit so ich habe das teil als schwarze sozusagen eine midnight black version gekauft und macht das teil jetzt gleich mal auf aber erst mal durch die verpackung so da sieht man halt hier vorne das note 8 logo und hier ansonsten hier noch so ein bisschen diese beschriftung galaxy also samsung galaxy note 8 hier 64 gigabyte dann hier unten die e mail nummern und seriennummer und so weiter und so fort dann auf der seite nichts auf der seite european sim card only und hier wieder beziehungsweise hier duos und hier midnight black die farbe und dann auf der seite halt noch mal die daten da sieht man dann halt wieder die ganzen spezifikation und so weiter in kurzfassung ach hier steht noch earphones tun bei akg das hoffe ich mal bringt dann wohl was obwohl ich gelesen habe dass die lautsprecher jetzt nicht so super sind naja wie auch immer ich mache das jetzt einmal auf also so alles noch versiegelt hier mit der folie die besonderheit an dem gerät ist natürlich der stylus damit kann man halt schnell mal notizen erstellen und halt malen zeichnen wie auch immer das finde ich ganz sinnvoll ich bin jetzt nicht unbedingt der stylus mensch der sowas jetzt ständig benutzen möchte aber der preis war okay ich dachte mir entweder das iphone 8 weil ich jetzt doch noch mal ein höherwertigeres telefon gesucht habe oder eben das und jetzt probiere ich erst mal das gerät und alles andere wird sich dann zeigen ob ich das gerät dann tatsächlich auch behalten gucken so geht das auch sehr gut dann einmal rausgezogen und dann haben wir hier auch noch mal eine weitere verpackung so jetzt einmal den siegel aufreißen komme ich habe mir natürlich jetzt das wirklich schlechteste werkzeug ausgesucht upsala so so na mal also meine fresse so nach einigem hin und her habe ich jetzt doch noch geschafft eigentlich war es ganz einfach zunächst einmal muss man hier diese versiegelung auf schneiden mit einem besser am besten nicht mit sowas und dann geht es eigentlich ganz einfach man muss das teil hier nicht durchdrücken sondern hier gibt es so eine lasche und dann kann man das teil hier auseinander klappen so hier sieht man jetzt das gerät schön groß dann nehmen wir das teil einmal raus alles noch schön versiegelt so dann schauen wir mal einmal in die verpackung was hier so alles drin ist das nehmen wir einmal raus dann haben wir hier einmal so ein klein so ein kleines paketchen mit offensichtlich der bedienungsanleitung und so weiter ja quickstart und so weiter und so fort das lasse ich jetzt alles mal drin dann haben wir hier noch den simkarten pixar oder simkart checkt tool na komm mal ja wurscht so und dann haben wir hier einmal Kopfhörer mit akg logo nicht schlecht hoffentlich ist die qualität auch gut dann haben wir hier einmal ein usb c kabel auf normales usb dann dann haben wir hier solche so 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 ein ja so eine klemme und so eine zange besser gesagt um die s pen spitzen zu wechseln dann haben wir ich muss mal gucken made in vietnam ach so das sehe ich gerade das sind hier die ja wie sagt man hier diese gummi gummi stopfen da für die kopfhörer ersatz ersatz stopfen so dann haben wir hier einmal ein usb c auf micro usb adapter das ist gut um irgendwelche hardware anzuschließen die halt man normalerweise durch den usb c anschluss nicht anschließen könnte dann hier nochmal ein usb c auf normales usb adapter das ist auch ganz gut und dann haben wir hier noch na komm her so ein netzteil beziehungsweise ladegerät und zwar mit folgenden daten bla 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 und dann 8 volt bei 1,67 ampere oder im moment 9 volt waren das bei 1,67 ampere oder 5 volt bei 2,0 ampere also das ist so ein schnell ladegerät das ist gut dass samsung sowas beipackt apple macht sowas zum beispiel nicht apple unterstützt mit seinen iphone 8 und iphone 8 plus schnell lade funktion aber das netzteil ist weiterhin das alte somit muss man das ipad netzteil nutzen was eben nicht beigefügt wird bei den iphone hier ist es natürlich dabei so dann gehen wir einmal zum gerät an sich so ich nehme mir hier mal eine kleine am besten das einmal kurz zur seite dann ein schönes tüchlein hier so und da wäre das gerät jetzt hier schön groß 6,3 zoll wie ich schon gesagt hatte und im grunde mehr als display ist hier auch nicht außer hier oben natürlich da sieht man halt die sensoren und die kamera da noch eine led das passt soweit dann an der seite da hat man hier einmal erstmal nix schön schwarz gehalten nebenbei dann den an aus taster der nö nö der wackelt nicht der ist schön fest verbaut dann nix hier unten sieht man einmal den s pen den einschub beziehungsweise den s pen an sich dann hat man hier so eine kunststoff leiste halt für den empfang dann lautsprecher öffnung dann den usb c port dann ein kopfhörer port dann wieder so eine kunststoff leiste und dann wieder nix und auf der seite sieht man dann auch wieder nix dann hier der umstrittene bixby taster und dann laut leise auch hier soweit wackelt nix das ist super und ansonsten wäre es das hier und oben sieht man dann halt auch wieder eine kunststoff leiste alles sehr sehr dezent und dann halt hier der sim karten slot wo man zwei sim karten oder eine sim karte und eine speicherkarte einfügen kann und dann hier wieder eine kunststoff leiste eine kleine bohrung sehe ich hier auch mal gucken ob hier noch eine bohrung war hier bezüglich dem eier hier da ist eine bohrung mikrofon und ja ich denke mal hier ist auch ein mikrofon ja und hier oben dann halt so die der lautsprecher zum telefonieren beziehungsweise hören ja soweit macht das gerät schon mal einen sehr sehr schönen eindruck hier vor hier hinten meine ich habe ich hier einmal diese dual kamera dann blitz und einmal dieser pulsmesser und dann der fingerabdrucksensor ich glaube der fingerabdrucksensor ja wenn man relativ große hände hat ich habe auch recht große hände da geht das noch gerade so die perfekte position wäre eigentlich hier das wäre am besten so wie bei den ganzen xiaomi geräten und so weiter so ich ziehe jetzt mal die folie ab so vorne auch sehr schön sehr sehr schönes gerät ein sehr hochwertiges gerät würde ich auch sagen ähm macht einen super eindruck von der größe her ist das glaube ich auch noch gerade so ja in ordnung würde ich sagen noch ein bisschen größer und dann wird es wirklich tatsächlich unhandlich ne aber das ist halt gerade noch so ne hier kann ich mal den s-pen rausdrücken da drückt man einmal rein und dann kann man ihn rausziehen und ja das ist ein halt ganz normaler standard s-pen da schaue ich mal demnächst wie man das teil dann benutzt so da werde ich auf jeden fall auch einen erfahrungsbericht dazu machen und alles andere wird sich zeigen ich werde vielleicht auch noch ein einrichtungsvideo machen aber da schaue ich auch mal ähm so viel zu diesem samsung galaxy note 8 ich bin beeindruckt von der qualität von der verarbeitung her nichts wackelt alles ist super schön alles andere wird sich zeigen ähm falls ihr das video interessant findet dann würde ich mich freuen wenn ihr ein abo da lassen würdet und einen daumen hoch ansonsten bedanke ich mich fürs zusehen und sage tschüss